Der AXA DriveCheck – Sicherfahren für den Beitragsnachlass Jakob hat gerade eine Kfz-Versicherung bei AXA abgeschlossen und freut sich auf die erste Spritztour mit seinem Auto. Der Vertriebspartner von AXA hat einen tollen Tipp für ihn. Da Jakob noch unter 26 ist, kann er sich ganz einfach bis zu 15% Nachlass auf seinen Jahresbeitrag sichern. Wie das geht? Jakob lädt zunächst die AXA Drive-App auf sein Smartphone. Mit dieser kann er jederzeit seinen Fahrstil analysieren und die Ergebnisse mit seinen Freunden teilen. Um den Beitragsnachlass zu erhalten, registriert sich Jakob zusätzlich für den DriveCheck. Der AXA DriveCheck bewertet Jakobs Fahrverhalten auf Basis von GPS-Daten in vier Kategorien. Bremsen, Beschleunigen, Kurven und Geschwindigkeit. Je besser die Fahrleistung, desto höher der Score. Den AXA später entsprechend mit 5, 10 oder 15% Bonus belohnt. Für den DriveCheck hat Jakob 12 Wochen Zeit. Innerhalb dieser Phase muss er mindestens 600 Kilometer und 40 Fahrten absolvieren. Er darf dabei frei entscheiden, welche Strecken er aufzeichnet. Für die analysierten Fahrten hat Jakob immer eine Übersicht in der App und kann so seinen aktuellen Score überprüfen. Über sein tolles Ergebnis, einen Gesamtscore von 85, kann Jakob sich freuen. Er schickt den Score direkt an AXA und bekommt per Post einen Versicherungsnachtrag mit dem höchstmöglichen Bonus auf seinen Beitrag. So spart Jakob ganz einfach 15%. Lad auch du die AXA DriveApps am DriveCheck runter und sicher dir deinen Beitragsnachlass. Los Angeles etc. Untertitelung des ZDF, 2020